Dass die Jugend schon immer anders gedacht hat als die Elterngeneration und teilweise sich auch durch extreme oder bis dahin noch für unmöglich gehaltene Dinge versucht abzusetzen, ja, das wussten schon die griechischen Philosophen. Aber was nun in Thüringen herausgekommen ist, dank einer Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung, das kommt einer stillen Revolution gleich. Denn in dem Altersbereich zwischen 18 und 29 Jahren würden sage und schreibe 0% die SPD oder die FDP wählen, während die AfD auf 47,5% kommt. Und damit herzlich willkommen in meiner kleinen News-Küche. Schön, dass ihr auch heute alle wieder eingeschaltet habt. Tja, meine Lieben, die SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung hat eine Studie veröffentlicht und die Ergebnisse dieser Studie hätten eigentlich einschlagen müssen, ja, wie eine Bombe. Vor allem in unserer heutigen Zeit. Aber da die Ergebnisse dieser Studie anscheinend so brisant sind, hat man die Ergebnisse bzw. die Nachrichten über das Ergebnis dieser Studie eher so in diese Rubrik Regionales verschoben. Ja, also man hat schon darüber berichtet, aber es war halt in den Massenmedien kein wirklicher Aufbringer. Und die Befragung der 1.500 Personen in dieser Studie, die fand vom 2. Oktober bis einschließlich 9. November statt. Und hier seht ihr einmal links das Ergebnis bei der Sonntagsfrage innerhalb dieser Studie. Und rechts seht ihr das aktuelle, ja, sagen wir mal den aktuellen Wahltrend für Thüringen, der letztmalig am 17. Januar veröffentlicht worden ist. Und mit Ausnahme, dass die Partei BSW dazugekommen ist, also gravierende Unterschiede, die sich außerhalb des Toleranzbereiches befinden würden, sehen wir hier momentan einfach nicht. Aber kommen wir gleich einmal zu dem Teil, der für die SPD, die FDP und die Grünen, aber auch für die CDU, also von manchen liebevoll auch als Altparteien benannt, ja, zu einem regelrechten Desaster in Thüringen werden könnte. Hier seht ihr die Wahlpräferenzen, aufgeschlüsselt nach Alter. Im Bereich von 18 bis 29 fehlen die SPD und die FDP komplett. Diese Generation scheint, ja, zumindest in Thüringen, für die beiden Parteien absolut verloren zu sein. Dafür liegt die AfD in diesem Altersbereich bei 47,5%. Man könnte jetzt argumentieren, dass das auf eine gute Parteiarbeit zurückzuführen sei. Also, dass sich die AfD in Thüringen um, ja, vor allem die Jugend kümmern würde oder halt auch um die jungen Erwachsenen und sie deswegen gegebenenfalls die AfD wählen würden. Man könnte aber auch argumentieren, dass die AfD sehr Social Media affin ist und im Grunde genommen diese Gruppe, also die 18 bis 29-Jährigen, sich hauptsächlich über Social Media informieren. Aber dazu sage ich später noch etwas mehr. Aber schauen wir noch einmal auf die entsprechende Wahlumfrage des Friedrich-Ebert-Institutes. Denn auch in den Altersbereichen 30 bis 39 und 40 bis 49 sieht es für die Regierungsparteien, na, sagen wir mal, nicht besonders rosig aus. Bei den 30 bis 39-Jährigen kann sie auf eine Zustimmung von so circa 23 Prozent insgesamt kommen. Im Bereich 40 bis 49 Jahre sogar nur noch auf 15,9 Prozent. Ja, und danach wird es für diese drei Parteien sogar noch katastrophaler. Das führt natürlich zwangsläufig zu der Frage, warum dem so ist. Also, warum würden die 18 bis 29-Jährigen vor allem die AfD wählen, also mit 47,5 Prozent? Und wie ich es eben gerade schon einmal erwähnte, in dem Altersbereich 18 bis 29 könnte man jetzt argumentieren, dass die AfD im Gegensatz zu allen anderen Parteien sehr Social Media affin ist. Also egal, ob das jetzt TikTok, Instagram oder was ihr auch immer nehmen wollt, ja, da ist die AfD im Grunde genommen vertreten. Denn auch meine Videos, wie ihr hier seht, werden eins zu eins auf TikTok eingestellt. Ja, teilweise von Accounts, die über 70, 80, 90.000 Follower haben. Ich selbst bin nicht auf TikTok aktiv. Das ist nicht mein Account. Aber da ist mein ganzes achtminütiges Video komplett eingestellt worden. Aber darauf geht die Studie nur am Rande ein. Also sie fragt schon nach den primären Informationsquellen, wie ihr hier sehen könnt. Allerdings setzt sie diese nicht ins Verhältnis zum entsprechenden Alter. Stattdessen fokussieren sich die beiden Forscher der Universität Jena auf die Frage, welches denn die dringendsten Probleme in Thüringen seien und welche Partei diese am ehesten lösen könne. Mit 57,2% sehen die Thüringer das Problem der Migration, Zuwanderung und Asyl am größten an. Gefolgt von der Bildungspolitik. Versteckt im Text steht allerdings auch, dass für den Altersbereich 18 bis 29 die Migrationsproblematik ganze 64,2% am schwersten wiegt. Und der Bereich innere Sicherheit, also Sicherheit im öffentlichen Raum bei ganzen 29,8%. Daher trauen in diesem Bereich auch 46,3% der Befragten der AfD am ehesten zu, diese Probleme zu lösen. Im Altersbereich 30 bis 39 immerhin noch 40,3% und im Bereich 40 bis 49 noch 29%. Wobei hier auch erstmalig die SPD mit 6,1% erscheint. Über alle Altersgruppen hinweg schneidet hier die AfD am besten ab, während die Regierungsparteien quasi untergehen. Ja und mein Fazit und das Fazit zu diesem kleinen Einblick, den ich euch in diese Studie geben wollte, ist, dass Thüringen anscheinend für die Altparteien so gut wie verloren ist. Vor allem für die Regierungsparteien. Und wer jetzt argumentiert, dass der Altersbereich zwischen 18 und 29 nur sowieso nicht zur Wahl geht und das sowieso eine relativ geringe Wählergruppe ist, die in Thüringen dann zur nächsten Landtagswahl aufgerufen ist, der sollte sich mal daran erinnern, wie es zum Beispiel in den Anfangszeiten der Grünen war. Denn damals konnte sich auch niemand vorstellen, dass die Grünen irgendwann in Regierungsverantwortung kommen. Und ich kann es mir wiederum gut vorstellen, dass in Thüringen auf Grundlage der nun nachfolgenden Generationen dort ebenfalls ein Politikwechsel zustande kommen wird. Von daher, ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch allen noch einen wirklich tollen Tag, beste Gesundheit. Und ich bin im Übrigen der Meinung, dass eine Regierung, die 68,8 Milliarden Euro in über 8.000 Projekten in 110 Ländern dieser Erde und 48,2 Milliarden Euro auf Grundlage der illegalen Migration hier in Deutschland verbrennt, aber uns allen sagt, dass wir nun sparen müssen und mehr Steuern zahlen sollen, einfach abgewählt gehört.